Er hat was gegen Dreck und vor allem die richtigen Geräte dagegen. Das war mein erster Staubsauger. Das ist mein Staubsauger. Da war der Handstaubsauger. Das ist mein erstkomminierender Staubsauger. Mein Lieblingsstaubsauger. Staubsauger ist für mich eine Leidenschaft. Das erste Wort war Mama und das zweite war schon Staubsauger. Wir haben jetzt sicher zwischen 3.000 und 4.000 Euro in die Staubsauger investiert. Sauber macht eben lustig, finden auch Mama Sabine, Filialleiterin Anja Heiß aus Wiener Neustadt. Ja, es ist für mich eigentlich sehr angenehm und recht lustig ist es mit ihm. Da fällt ihm halt immer was Neues ein. Ich freue mich schon auf einen tollen Dreckweg-Tag. Hallöchen. Hallöchen. Ich dachte, bei euch sagt man Servus. Hallo. Grüß dich, Arja. Schön sauber ist es bei euch. Kein Zufall, glaube ich. Gabriels Zimmer, klar, blitzeblank. Wann hat das alles angefangen bei dir mit den Staubsaugern? Ich meine, das ist ja schon sehr speziell, dass man sich so für Staubsauger interessiert. Schon als Baby. Er kam, sah und staubsaugte. Es hat angefangen, ich glaube mit drei oder fünf Jahren oder so. Es hat sich langsam entwickelt, weil ich immer mehr Staubsauger haben wollte. Im Modell für ein Modell. Da ist dann hier der Motor, da wird das dann eingesaugt. Da ist mal der Filter und der Filter hindert, dass das Sackerl zu stark angesaugt wird. Hast du einen Staubsauger auch schon mal zerlegt? Auseinandergebaut? Ja, und der ist dann nicht mehr zusammengegangen. Natürlich. Bei Hausarbeiten mag ich gerne kochen, spügeln, staubsaugen, waschen, den Geschirrspüler einräumen, einem die Spüle machen, putzen und das war's eigentlich schon. Was ich dir noch was zeigen wollte? Eine Putzkiste, ist das lustig. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Diese Schwimmel. Die sind super. Weil da kommt man immer in die gleichen Ecken. Nimmst du die auch mit in die Schule, die Putzkiste? Nein. So, jetzt geht's. Mit dem Putzfimmel in den Putzhimmel. Dreckige Fenster, ungemachte Betten, Staub überall. Ein Traum für Gabriel und ein Job für echte Saubermänner. Es ist so lustig, oder? Oha. Gibt's ein bisschen was zu tun, was? Ja. Legen wir los. Du hast keine Arbeitskleidung an. Oh, du meinst, ich muss eine Arbeitskleidung anziehen? Ja. Alles klar. Arbeitskleidung? Damit kenne ich mich aus. Gabriel. Ich bin die Putzfee. Das ist so lustig. So, auf geht's, Freunde. Loslegen wir. So, Scheiben putzen, Köln. Scheiben putzen? Gesagt, getan. Synchron putzen. Noch kurz die Betten machen. Geschafft. Nächste Station. Jetzt wird man auch nicht durchgesaugt hier. Dann legen wir los. Ich bin jetzt wieder da. Und jetzt? Mache ich das jetzt hier alleine, oder was? Wollen wir mal hoffen, dass der Kälter es anständig macht? Warum selber arbeiten, wenn man einen Roboter hat? Das gibt eine Strafe. Oh nein. Bitte nicht die Toilette, Gabriel. Oh Mann, Gabriel. Das ist echt eine fiese Strafe. Das wird doch alles sauer wird. Tipptopp ist das. Gabriel, neun Jahre aus Österreich. Schaltet er den Sauger ein, bleibt einem die Luft weg. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.